Musik Musik Komm ich hobe an schon kurz raus Der Angriff haben wir jetzt ne? Komm hier komm ein Furver gleich wieder rein Ja auch eine Furver rein komm Und auf der letzte Tank spielen und gut das Musik Alles klar Ich hör grad noch Enjoy deswegen Ja da hast du recht Und was hat deiner gesagt? Nun Barney ist ein Drecksloch Was hat meiner gesagt? Hm? Was hat meiner gesagt? Ja deswegen hab ich ja recht gegeben Ach das hast du gehört weil du ja die Schanze hinten hast Wo ich sowas auch hörst Deswegen hab ich ja gesagt ja ich kill mich jetzt Ja ich du's mal ab Oh wir haben ne Mercy Oh Was? Ja da haben wir auch kein Tank Scheiß auf Tank Scheiß auf Tank Alter Alter jetzt fickt mir alles weg Guck mal mein Emote an ich mich Jetzt wollen wir wo geht meine Mine wohl hin? Hier guck mal wie ich mich freue Emotes Geiler Emote ne? Hier guck mal was ist Wasser Ich fick einfach gleich jeden weg ne? Läuf 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 Ey wie hab ich denn gedacht? Was sind die denn alle? Alle hinten hinterm Bus Ah ja hab ich schon gesehen Ich hab was von Jump bekommen Oh Gott ich hab 29 Dann lauf Warum hab ich ne Mercy hier? Vor allem Warum healt die mich? Anstatt mir Schaden zu geben Au die haben da ne Geschützt stehen Na ich kann da gar nix gehen Ähh Wo bin ich ja hier? Ja was soll ich denn machen? Ich hatte doch irgendwo ne Heal Da war ein Heal genau Danke 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 Heal Ach ich bin schon Gealed okay Ah das ist geschützt Das ist so Abfucker Der Junge hat schon dabei Das was was zu machen Ich versuche mal Lucio zu holen Alter die zielen alle auf Wenn ich das mache mit das Und so Ah wie ist das mit der scheiß Lucio? Oh er ist tot Nice Ah Junge gib mir Heal Oh Alter ich hab so eine Laune Ey vor allem Das geschützt holt mich hier immer um die Ecke Das sehe ich nicht Aber es trifft mich schon Jetzt hab ich schon relativ Jetzt holt mich auch noch ein Sniper Ich schau einfach jetzt auf das Schild In letzter Zeit Habts Ok die Barriere ist kaputt von denen Ja Ja Gott Dank Ich hol mal Ich hol sie zu mir Batsch Nice Ist zwar nur ein Reinhard Gold aber egal Können weiter vor Probieren Die sind dahinten alle Na Kann ich abbrechen hier? Warte was ist das so viel Ey Weil der eine komische Schrift hat 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 sich mal eine komplette Schriftart vom Spiel geändert Ja ja Hör eins auf Oh ne Schmerz What the fuck Wenn du einfach so merkst Okay das war ne scheiß old Scheiß ich brauch Leben Ich brauch dringend Leben Ich brauch dringend Leben Ich bin gleich tot Nein nein Ah fuck die Tracer Alter ich hab Goldmedaille mit drei Kills What the fuck Und noch mal Alter ich hab einen What the fuck Das geht mir immer ganz schief Ich treffe nichts Faltliches Geschütz voraus Oh da ist ja wieder so ein Drecksgeschütz drin oder was Na ja die arbeiten die ganze Zeit mit solchen Mitteln Das ist so nervig Aber wir haben uns jetzt auf den Punkt schon mal gepusht Ein Vorteil Ich komm mal von oben Ach hallo Junkwitz Ich komm jetzt einfach von hinten alter Och alter Leute wo seid ihr denn Was Wie viel Leben hatte ich denn nun noch Ich hab eine Kugel gegeben ich war tot What the fuck Manchmal verstehe ich die Maids einfach nicht Na Jetzt macht's Jetzt für einen weißt du Ja ja hab ich mir auch gerade so gedacht Ja na also Ja guck mal jetzt hat's schon wieder mehr gelohnt Ey das ist doch Ah danke dass du so hast Ich hab verstanden was gemacht Oh ne da kommt noch eine von denen Oh fuck oh fuck Oh ich hab's gekillt Ich hab's gekillt Nice ich bin hochgeflogen Ich hab mich damit einfach sterben lassen Ich hab mir weggeflogen Alter schön das gibt denen hier so einen krassen Schaden Junkratdown Den Junkrat war hier unten leider nicht Deswegen Ist ja erst wie eine Mail Okay Was ist mit diesem Reinhard los Ich bin jetzt viel zu aggressiv Ich bin jetzt viel zu aggressiv Ich bin jetzt viel zu aggressiv Schau Ich bin jetzt viel zu aggressiv Nice den hab ich noch bekommen Wunderbar Ciao nice Ulti Nein Nein Dieses Scheiß Das Geschütz hat mein Ulti weggehauen Ich wollte sie gerade zünden So einen Fuck Kriegen wir das irgendwie irgendwie ne Äh Vielleicht Ich bin jetzt viel zu aggressiv Ich hab jetzt meine Ulti hat dann nicht vor Aber Reinhard Das Geschütz hat mich gleich Oh scheiße Ne Royalty Ich bin drin Ich bin drin Ich hab's geschützt Nice ich hab den anderen geholt Reinhard hat mich weggemacht Der ist Reinhard Er hat mich auch geholt Scheiße Ach man das war so gut Vor allem Reinhard hat mich einfach beim Vorweiten getötet Ne Ja Mann das war so geil eigentlich Aber Ja Aber auf jeden Fall durch diesen Timbanja Ey das war meine Schrift hat sich geändert Das war so das Ding Bei mir auch Ja Ach das ist so Erst so ähm Schon mit der chronische Zeit gerade Und auf einmal Normal oder Oh das ist so mal ne Vernünftige Ulti aber Ja Wow Sag alter einfach ficken Einfach ficken Einfach ficken Einfach ficken Einfach ficken Einfach gleich Ach das ist die Map Ups ich hab grad die Maps vertraut Und ich bin anfangen Hältst 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 Wo bist du denn? Achso ich komm mit, wenn du alle älst. Oh, was ist denn noch? 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 Fuck! Kommst du mir hin wenn du kannst? Ja ich bin tot. Der Reaper hat mich geholt. Ich hab den Reaper nicht gesehen. Aber die Killcams laden aber jetzt relativ lange. Alter lol. Da hinter, von hinten. Wisst ihr wenn ich mir einfach denke, Freber kann nicht kommen, Freber macht wirklich einen Schuss dran. Oh die macht doch 200 Charnot mit einem Schuss. 100 nicht im Leben oder? Alter, 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 Alter. Komm Leute, ich will den Punkt haben. Kann ich, kann ich dir einen Schubber? Ah das geht sogar, nice. Kannst du, hättest du mich aber mitnehmen können. Hättest du mal was gesagt. Alter, Alter, Alter. Die sind aber alle angehättet. Hinten, in der Ecke. Ich treff gerade nichts, sorry. Ja ich sehe es. Die ist, äh, Tracer neben dir. Treff gleich einmal. Jaaa. Aber ich konnte noch raus ran, komm mal. Verschützt den Punkt. Jaaa, komm, 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 komm. Ja, Freber ist. Okay, kann ich. Haben wir keinen Lucien oder so? Achso, ich bin da. Ich komm jetzt wieder, ich hab nicht Ulti. Ich hab nicht Ulti da. Alter, what the fuck. Was war lo- oh Gott, da geh ich nicht alleine rein. Wo kommen denn die alle rein her? Da geh ich nicht alleine rein. Äh, ich hab mir jetzt die drei Tote umsonst geholt eigentlich. Und, ja natürlich, Lucien läuft alleine umsonst. Warum bin ich sofort tot? Ja, weil er einzeln reinlauft. Ich bin außen gewesen. Hm, das weiß ich nicht. Der, der Wilson auch, geht allein jetzt rein, ne? Ich hab einen Ulti, Mann. Ich hab einen Ulti auch, dann jetzt. Bam. Nice. Ja, ich hab die Ulti von ihm unterbrochen, vom Reaper. Nice. Aber ich bin gestorben, weil kein Schwein da war. Ja, bei mir auch. Irgendso. Ich geh rein, mach Ulti an. Will grad eintöten, die Winston kommt, angejumpt. Ich hab so ne gute Ulti gesetzt gehabt, ey. Aber nö. Ich fühl mich hier komplett alleine irgendwie auch, wenn wir jetzt da sind. Ja, ich bin da. Weil wir keinen vor dem Hintergrund angucken. Warte, warte. Ich komm rein und sterb instant. Geil. Alter. Alles in der Luft. Nichts, gar nichts. Ah, ich weiß, warum ich gestorben bin. Die Gegner-Tracer hat an unsere Tracer ne Scheiß-Ulti angeheftet. Und die ist halt zu mir geworbt. Ja. Toll. Sojenig hab ich das auch grad. Davon will ich schon weglaufen. Äh, warum komm ich jetzt, hä? Wieso komm ich jetzt nicht da rüber? Ja, weil du die ein bisschen schräger hattest. Tschüssi. Oh, Wilson's down, nice. Ja, ich bin geil. Ich bin geil. Oh, Alter. Die Wunde ist ja so geil, Alter. Ach, ach. So, Ulti. Er schießt einfach nur. Alter, die Runde verlieren wir jetzt auch noch, weißt du? Es ist so schlimm. Ach guck, wir haben jetzt sogar noch weniger Mates. Nice. Ach ja, wir auch noch. Ja, ja. Lol, ich kann die Tracer one-hitten mit meinem Ding? What the fuck? Das war ja easy, muss ich mal sagen, ne? Das war schon eigentlich so ein Ding, wo man sich denken muss. Oh, so hab ich die gerackt, oder? Ja, bei einem Mikro übrigens, ne? Ja, ich bin gerade wieder zurückgelenkt. Aber ich finde, ganz ehrlich, diese Zwischenstände da sind einfach viel zu lang. Da brauche ich nicht jede Runde dazwischen. Ja, Matchmaking ist okay. Guck mal, diese Kaffeemaschine macht jetzt... Ey, wer hat was aus meiner Mai gemacht? Ich. Wasch. Ihr Wichser, lasst meinen Arme. Guck mal hier, guck mal hier oben. Ach man, ich wollte das... Die Leute wollen mit ihren Plakaten lassen. Ja, ich bin ganz schnell. Jetzt nicht mehr. Wreck jetzt jeden. Okay, dann los. Arbeit. Wer hat denn den Junkpit getötet? Ich. Danke, der hat mich getötet zwischen uns. Ah, schade. Erstmal drei Males von uns. Stark, Jun. Ja, ich mache hier alleine nichts, Alter. Könnt ihr klicken. Die sind doch immer zu dritt, die Gegner. Okay, die waren jetzt zu zweit. Ich, ich kann... Ich weiß nicht, was ich alleine machen soll. Tja. Noch ist der Kampf nicht vorbei. Okay, unser McGree guckt sich die Map an. Okay. Stark. Ja, er guckt schon an. Muss auch sein. Ja. Ja, fick dich, fick dich, fick die Henne, fick die Henne, fick die Henne. Ey. Er kann in einem gefreundeten Zustand, hat er seine scheiß Falle geworfen und die hat mich dann getötet. Das bin ich dann ernst. Ich hätte ihn gehabt. Alter, das sind so scheiß Runden gerade. Als ob Soldier einfach stehen bleiben und deswegen meinen Pfeil nicht treffen. Wo kommt der denn jetzt her? Wo kommt der denn jetzt her? Wo? Da wären wir schon so scheiß Mades, ne? Weil eigentlich das Leveling von... Von den Mades in denen sagst du gegen den anderen. Das ist ja 50, das ist ein Unterschied, ne? Von den muss ich lieben, ey. Was ist denn das? Ist doch cool. Lass mal bitte zusammenbleiben. Ja, also easy, ne? 91, 81, 51. Geil. Und so ist das 55. Macht auf jeden Fall Spaß. Ah, geil. So, ich hab Vincent dauernd geholfen. Ja. Ich bin, ich bin, äh, ich bin fast schon tot. Also, ich wohne rauskommen. Ich bin fast schon tot. Willst du dann gleich drin bleiben? Absolut. Was war das denn von der? Na, die wollten uns unsere Ult machen. Ne, ich werd die gleich vergessen, vor mir eine Ult zu machen. Also, ihr habt Angst, ob wir vorrushen? Ich hab jetzt ein paar Kills, ne? Ja, ich bin immer tot. Wieder aus des Teams. Du kommst nicht aus dem Punkt raus, ohne zu sterben. Ja, ich bin schon wieder, halb tot. Nice and down. Ja. Ich, ich, du kommst aus der, aus dem Map raus und, äh, das... Was ist so'n Dreck ist das? Ich komm mal Junkerl an. Na, mein Name war ich auch drin. Highlight des Spiels. Schwule. Ja, war auch nicht schwer an sieben. Äh, und was hast du jetzt gemacht? Ja, das ist der einzige, wie ich noch mal... Stimme. Oh, hat null Kälte im Wochen. Oh, holl, doll. Mit sechs Schaden an der ganze Zeit. Mit sechs Prozent von seinem Leben gemacht. Wahnsinn. Richtig schlecht die Runde bewerten. Wiegeg Schaden an zą casejendogen. pop. Diese Idee. Die Idee. They will drag us in the dirt Say the things that make us hurt But I'll never give you up Running with love that will never go away I will protect you always Running with love that will never go away I will protect you Like a lost soul we remain Like a legend of today Like a bond that never breaks We are unbreakable Like a lost soul we remain Like a legend of today Like a picture in a frame We are unbreakable Many nights that we will meet No one knew our secret street Countless times you came home Oh the circumstances are So intense and so bizarre But the truth that lies with me Burning with love that will never go away I will protect you always Burning with love that will never go away I will protect you Like a lost soul we remain Like a legend of today Like a bond that never breaks We are unbreakable Like a lost soul we remain Like a legend of today Like a picture in a frame We are unbreakable 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 Like a legend of today Like a legend of today Like a bond that never breaks We are unbreakable We are unbreakable Like a lost soul we remain Like a legend of today 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 We are unbreakable We are unbreakable We are unbreakable Overwatch Overwatch Am 24. Mai Auf PC und Konsole